Ich heiße Christian Sander, ich bin seit fast 20 Jahren Chefarzt der Hautklinik in St. Georg, der Asklepiosklinik St. Georg, Deutschlands zweitälteste Hautklinik. Wir sind ein Krankenhaus der Maximalversorgung, in dem wir praktisch alle Bereiche der Dermatologie behandeln, insbesondere natürlich viel Hautkrebs, wir haben eine Allergieabteilung, wir behandeln entzündliche Hauterkrankungen, Hautinfektionen, das sind alles die Gebiete, die wir abdecken. Untertitelung des ZDF, 2020